So, ich bin hier mal jetzt in einem ganz neuen Waldgebiet unterwegs, wo mich ein nutter Sonderkumpel mitgenommen hat, das war der Preußensondler. Der hat auch einen YouTube-Kanal und da könnt ihr auch mal reinschauen. Der hat immer ganz interessante Funde, die er da zeigt. Und ja, ich bin jetzt hier mit ihm unterwegs, vielleicht anderthalb Stunden. Und das ist die Ausbeute bis jetzt für mich. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen, was da interessant ist, was jetzt schon mal rumgekommen ist. Und hier, sehr interessant, könnte irgendein Pfeifenkopf sein, könnte vom Leuchter sein. Das ist auf jeden Fall sehr schön mit einem Muster. Ich habe ein paar Münzen. Dann hier diese Teil. Das hat der Preußensondler mir gesagt, das müsste ein Uff-Zieh-Schlüssel von einer Taschenuhr sein. Und verschiedene Münzen. Diese schöne Münze hier, wo ich noch gar nicht wees wartet, ist für eine. So eine habe ich noch nie gefunden. Die muss ich dann mal zusammen, äh, die muss ich dann mal zu Hause reinigen. Ja, und noch einen schönen Knopf, ein englischer Knopf mit einem Einhorn drauf, was irgendwie Schottland symbolisieren soll. Das hat auch der Preußensondler mir erklärt, was der malet wees. Ein Anstecker aus der Hitlerzeit. Ja, und hier liegt auch schon das nächste. Hier liegt auch schon das nächste Objekt der Begierde. Das ist eindeutig ein Taschenmesser. Ich habe das noch nicht angerührt. Ich wollte es genau so liegen lassen, damit ihr das live miterleben könnt, wie ich das jetzt hier aus dem Boden nehme. Also dieser Wald ist wirklich ein Traum. Berliner Forsterei. Der Wald ist ein Traum. Danke, Preußensondler, dass du mich hier mit hergenommen hast. Diesen Spot werde ich gleich meinen 20 Sondelkumpels verraten und morgen wollen wir hierher gehen und alles absondeln. Ich freue mich schon. So weiter geht's. Nächstes YouTube-Signal. Ich kann leider nicht erkennen, welcher Leitwert, weil das so geschlagen alles ist. Regenwetter und Schmodderwetter heute. Da muss ich den Seroprenschutz dran machen. Aber ich werde natürlich gucken, was das ist. Ja, das ist der Nachteil vom Neoprenschutz. Man kann immer die Leitwerte nicht richtig sehen. Granatsplitter. Es ist so, wie es ist, wenn ich die Kamera anmache, ist es vorbei mit Funden. Oh, hier. Ist schon in der Garn hier wieder. Kann doch nicht wahr sein. Was ist denn jetzt los? Ist das ein bisschen tief oder ist das nicht tief? Ich weiß es noch nicht genau. Schichten wir mal ein bisschen ab. Da ist es. Oh, ich habe es schon draußen. Ah, eine Münze. Zehn Reichspfennig. Aber ich glaube, das war nicht das Signal. Da ist noch was. Das. Noch eine Münze. Und was haben wir hier direkt, also hier liegt wirklich alles voller Signale. Hintereinander kann man hier alles ausholen. Da, wieder eine Münze. Rentenpfennig. Die Bürste hier vorne dran, weil die Tasche ist ja voller Münzen. Ich weiß nicht, wo ich die Bürste hinmachen soll. Dabei macht ein bisschen. 1936a. Fünf Rentenpfennig. So geht es hier die ganze Zeit. Da ist doch noch mehr drin. Alter, hier ist alles voll oder was? Ja. 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 Ja, also kann man nicht viel erkennen. Ich finde es ein Reichspfennig. Ein Reichspfennig. Ein Reichspfennig. Ein Reichspfennig irgendwas. Deutsche 3 halt. Ich meine es 140 oder sowas. Ein Reichspfennig. Natürlich. Ich bin ein Reichspfennig. Ich bin ein Harry. Ich bin ein Reichspfenniger. So integrating mit einem hist прав花. Ein Reichspfenniger in der Kontakt hat sich davon aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Man sagt, an jedem Baum liegt eine Münze. Deswegen kann ich nicht die Sonnenler verstehen, die ihren Müll an die Bäume werfen. Vermutlich eh nur Müll. Das ist nichts, das sehe ich jetzt schon. Hier kommt so ein verbröselter Granatsplitterdreck. Es fängt schon wieder so an zu regnen. Hier, interessant. Springt auseinander. Könnte man ein altes Messer gewesen sein? Ja, das war ein altes Messer auf jeden Fall. Definitiv. Jetzt mal ein bisschen bürsten. Hier sieht man es, schon ziemlich verrostet, aber das war ein altes Messer. Denn es ist jetzt auch so, ein Hut. Ein Dönnies. Dann schießt die Wälder und abmarkten die Schuss, auch die Schuss des Schuss. Denn ich mache das Läume, aber das ist das ein Fisch zum Zettof. Wenn es ein neues Schuss ist, dann geht's das lachen miteinander. So steht, dass das Läume hier in den Schuss. Dann schießt die Böden. ist ja noch richtig gut erhalten durch die man an dieser wald hier der preußen sonder wird sich so ärgern dass ich in seinem wald schon wieder alles leer sonde da ist noch ich glaube das noch nicht mal kratzer drauf also die packe ich mir jetzt mal irgendwo separat ein coole teil da hatte ich noch ein signal die ist nicht wohin mit die ganzen signale hier passt sie drin so hat sie drin die passen sehen was hier noch so viel das noch mehr jetzt wollte ich erst mal das signal machen ich muss ja eigentlich nur einsammeln die ganze zeit die ganzen geilen funde das scheint ein großes tiefliegendes signal zu sein muss man ein bisschen aufpassen weil überall kann auch mal was explosive liegen egal wo man ist die amis beziehungsweise die engländer haben über deutschland eigentlich alles geschossen und zwar überall muss man allgemein beim sonnen aufpassen was man gräbt wo man drin hackt nicht nur um die funde nicht zu zerstören sondern auch um sich selber nicht zu zerstören und da unten da sehe ich es schon was das ist also ich sehe nicht wartet ist aber ich kann es schon sehen irgendein müll packet ein mit natürlich mit das war auch schon das ist noch mehr das ist ein bisschen flacher vielleicht eine münze jetzt schon doch nicht mit blechdreck müll irgendwas keine sorge guck mir alle sachen noch mal an zu hause fliegt nischt einfach in müll das alufolie sicherlich da ist es auch schon widerlich widerlich wie das hasse alufolie also wirklich der wald ist ein traum ich hoffe es wird nicht so dunkel die aufnahmen ich glaube ich werde mal den iso wert von der kamera ein bisschen erhöhen damit die aufnahmen wieder ein bisschen heller sind weil ich merke wird langsam dunkel ist das schön Ach so was, ja, siehste David wieder was gefunden, was auch der Preußensonnlamme wieder erklärt hat wartet ist, und zwar ist das ein Geschoss, das ist ein Geschoss und jetzt schießen die auf Wildschweine, so ein riesen Klopper der ist wahrscheinlich in irgendeinem Wildschweinschädel eingeschlagen, hinten wieder raus und dann hier gelandet ich mag Wildschweine, ich mag allgemein alle Tiere, Wildschweine, ihr wisst, in meinem ehem Video habe ich auch ein Schwein, das Schweine Video falls ihr das noch nicht gesehen habt, da ist wirklich ein Schwein im Wald, neben mir wenn ihr das mal euch anschauen wollt ich verteilt die Nauberwesig auch nicht mehr, auf jeden Fall wart irgendein Teil so, ich muss jetzt mal Richtung Straße mich wieder begeben über Richtung Weg ja, ich sehe schon den Weg, alles gut ich habe ein bisschen Angst um meine Kamera, dass die kaputt geht ich werde jetzt erstmal den ISO-Wert erhöhen ich habe nämlich den Deckel nicht dran, den geschlossenen, wegen dem Ton damit auch den Ton aufgezeichnet wird gut, bis gleich, ISO-Wert Erhöhung so, ISO-Wert erhöht, von 400 auf 1600 und ist ein bisschen heller jetzt alles aber es regnet wirklich ein bisschen dolle jetzt schon und es kann gut sein, dass ich gleich die Kamera einpacke und dann euch den nächsten geilen Fund zeige einfach, am Ende ist das auch hochinteressant ich muss doch nicht durchgehend labern hier da haben wir wieder was oh, aber ein riesen Leitwert 92, 93 Luftwaffellöffel könnte das sein auf jeden Fall, sagt der Detektor, ein Luftwaffellöffel wo ist das hin? schon mit draußen, ihr habt es ist ein Granatsplitter wird immer dunkler und regnerischer also ich mag wirklich den Wald hier, die Waldluft, das Regenwetter ist jetzt mal ich sag mal so es ist schon ein bisschen nervig aber die Luft ist sauber und die Signale sind halt super deutlich weil der Boden ist klitschen nass aufgeweicht man findet alles interessantes Signal, der Regen wird stärker und das ist eh schon dunkel ich werde jetzt die Kamera gleich einpacken nach dem Signal ohne Münze geil ne Münze was für ne schöne ich glaube die ist aus Silber mal leicht anbürsten ja, ne ist ein Pfennig aber Preußengeld ein Pfennig ja, ich meine ihr merkt ja selber das regnet ja, aber ich möchte jetzt auch nicht die Kamera ausmachen da, hier sind noch Signale die zeige ich euch noch aber dann mache ich die Kamera erstmal kurz aus komm schon, schnell das ist nichts das ist nur ein Shit Scheiße jetzt hört nicht mehr auf mit Regnen ich muss hier weg ich muss mich erstmal irgendwo unterstellen ja, aber wie denn wenn ich ein Signal nach dem anderen habe ich stelle es euch noch nicht vor wird sich nicht untergestellt und das Stellen ist was für Weicheier und das Stellen ist was für Zugsteiner hier sind so viele Signale das ist einfach schön hier sind so viele Signale das ist einfach so schön aber ich ich Mann ich will auch mal was sagen hier ich komme nicht zum Reden weil durchgehen am Piepen ist alles hier liegt es schon an der Oberfläche übrigens das 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 Polizeiabzeichen mit dem Hakenkreuz das habe ich gefunden am Wegesrand und das war also das war so tief so tief hier so also das lag quasi an der Oberfläche ich habe so gemacht zack und dann hatte ich es auch schon leider habe ich es nicht auf Video aber ich habe es euch ja gezeigt und ich werde natürlich am Ende des Videos eine Fundzusammenfassung machen wo ihr alle Funde sehen könnt die heute hier gemacht wurden eventuell auch die von Preußen Sonder weiß ich noch nicht der das möchte der wird es sicherlich in sein eigenes Video drin machen aber auf jeden Fall meine ganzen Funde könnt ihr am Ende des Videos euch anschauen und da sind die dann auch hier reinigt hier säubert und hier reinigt mit einer Drahtbürste früher habe ich das ja immer direkt hier reinigt schnell und arabiat das mache ich aber nicht mehr ich reinige das zu Hause richtig ich gucke mir das im Wald höchstens ein bisschen an und den Rest mache ich zu Hause vor allem die Münzen nehme ich so mit wie sie sind und zu Hause mache ich die dann mit warmem Seifenwasser und dann mache ich damit der Zahnbürste bürstet ab den Dreck und dann sind die meisten total schön und dann reicht auch oh hier sehe ich es jetzt sind halt sieht cool aus ist aber nicht cool ist irgendwie zum Rohrding so jetzt wird mir die Kamera aber wirklich zu nass ich pack die jetzt erstmal weg und wir sehen uns dann wieder wenn ich was geile gefunden habe und nicht beim nächsten Fund ja hi liebe Freunde hier ist der Preußensonder ich bin in einem meiner meiner Wälder und habe doch Tatsache das hier gefunden könnt ihr das erkennen da ist doch glatt ein Ritterkopf zu sehen mit einem Schwert das ist kein Geldstück man sieht hier oben das ist eher so was Medaillen mäßigt hier steht die Zahl 17,25 drauf oder 15,25 da sind wir uns noch nicht einig ja Fakt ist ja es ist eine Medaille und sie wird auch nicht so alt sein das ist denke ich auch Fakt ich werde sie säubern und dann präsentiere ich sie wenn ich zu Hause bin wie sie ordentlich aussieht 5 Tatsache doch so 25 ey was wie gesagt ich glaube nicht dass sie Tatsache so alt ist sie ist das Gold siehst du auch am Ring altdeutsche Schriften er kann so nie ja nicht erkennen ja das denke ich nicht dass wir das jetzt hinkriegen werden keine Ahnung wie spätet ist aber ich schätze mal es wird so um achte sein oder neune, halbzehne ich weiß es eigentlich noch nicht auf jeden Fall habe ich schon etliche Münzen wieder hier gefunden und Knöpfe aber ich kann nicht jedes Mal eine Aufnahme machen weil es regnet die ganze Zeit aber ich wollte euch mal den Fund von jetzt mal zeigen aber nicht diesen Knopf hier der lag aber mit dabei irgendwie ist aus Plastik oder irgend so hat die nimmt natürlich auch mit da liegt mir hier mehr um den Knopf einen schönen Knopf und auf dem Knopf ist edelweiß gut wenn noch ein interessanter Fund kommt dann mache ich wieder ein Video Moment ich habe ja noch andere interessante Sachen hier gefunden der zeige ich jetzt gleich direkt mit weil ich die Kamera ja nicht so oft rausholen kann die Tasche ist voller Funde hier unten da liegt da alles so drinnen was denn irgendetwas andere Kugel gefunden das hier genau das habe ich noch gefunden ich weiß ja nicht was drauf steht aber da oben ist ein Hammer und ein Zirkel zu erkennen ich dachte erst das war deutschschit aber da ist ein Russ das ist ein russisch irgendwas russisch mit deutschland Flagge mal sehen was das für ein merkwürdiger Pin ist aber ich habe noch einigen mehr und noch Münzen und so mal sehen was noch kommt was Wetter ich meine guckt euch das an hier das ist ja totale Schmoddersondeln heute das ist alle total versaut so sieht mein Pinpoint da aus total verschmoddert alles ist hier verschmoddert deswegen film ich nur wenn ich einen Pfund habe und zeige euch den dann aber nur wenn ich einen Jutta Pfund das ist so ein richtig Jutta Pfund gut bis gleich bis schon nicht jetzt ist es soweit ich habe was übelst geiles wieder gefunden ich glaube man kann nicht mehr viel erkennen das ist alles dreckig vorne die Kamera und so werdet euch natürlich detailliert dann zu Hause noch zeigen aber wenn man mal guckt das ist irgendeine Art Medaille oder irgendeine Art Anhänger könnte auch eine Art Orden sein ich werde jetzt mal ganz vorsichtig bürsten ich habe die Kamera jetzt mal hier so in Sand gestellt kann man kann ein bisschen was sehen sehen wartet es cool das steht auf jeden Fall nochmal Deutschlands drauf ja ich hole jetzt auch gleich den Preußen Sonnenleiter damit er sich mit freuen kann aber erstmal wird es gereinigt ein bisschen ok da steht drauf zur Arbeit zum Schutze Deutschlands für Arbeit zum Schutze Deutschlands genau das steht da drauf hoffe man sieht das das steht da nicht weil total verdreckt alles ist hier Sand und Wasser und Schmodder überall zu Hause dann bei der Funktion hier jetzt die Fundzusammenfassung ich fange gleich mal mit der Brille an scheint eine echte Ray-Ban zu sein hier sieht man auch RB und hier auch nochmal Ray-Ban und ja da hat mich dann schön hier kann man auch nochmal so ein Schriftbuch kann man nicht da hat mich natürlich gefreut das erste Mal eine echte Ray-Ban gefunden sonst habe ich immer nur Fälschungen gefunden aber die scheint echt zu sein weil die Gläser die sind ziemlich gut scheinen ja nicht zerkratzt zu sein dann habe ich hier noch zwei von diesen 50ern gefunden die auch weder noch in sehr gutem Zustand sind sogar der hier der ist sogar noch fast in Top-Zustand 1921 Segen bringt Segen ja da hat mich natürlich auch gefreut über das B so eine schöne 50er dann einmal hier Deutsch-Sowjetige Freundschaft so ein Pin oder Anstecker abgerissen die man verloren dann hier diesen schönen Knopf mit Edelweiß vorne dran das Messer welche ich wieder richtig schön machen konnte mit WD40 tut das jetzt wieder richtig schön werde ich auf jeden Fall wieder verwenden Zahnstocher hier doch wieder hier ist ja auch noch eine Pinzette drin geht auch wieder das hat noch nicht lange in der Erde gelegen vielleicht zwei Monate oder so dann diese Teil wo ich wirklich immer noch nicht weiß was das sein soll vielleicht habt ihr ja eine Idee für mich sieht das aus wie ein Kerzenleuchterteil hier vorne kommt dann so eine Kerze drin könnte aber auch ein Pfeifenkopf sein könnte alles mögliche sein sieht auf jeden Fall cool aus dann habe ich ja dieses Objekt gefunden wo ich überhaupt nicht wusste was das sein könnte und das wies ich immer noch nicht wies nur dass da kleine Muster drauf sind versuche das jetzt mal ein bisschen zu zeigen ich werde einfach mal ein Foto einblenden auf jeden Fall ist hier unten ein Loch und mich würde wirklich mal interessieren was das ist was das ist oder was das war hier an den Rändern kann man sehen dass es goldend ist ein bisschen so einen leichten goldenen Glitzer an den Rändern und unten naja was ist das ich wies es nicht dann habe ich hier noch einen Knopf gefunden und dann hier diesen schönen Knopf aus der Kaiserzeit kann man die Krone sehen diese Teil wo der Preußensohnleier meinte oder er vermutete dass das ein Aufziehschlüssel von der Taschenuhr oder von irgend so was ist von der Uhr und an dieser Vermutung hat sich bis jetzt auch nichts verändert ich denke das auch aber vielleicht wie es ja jemand genauer wird hat auf jeden Fall Verzierungen dran sieht cool aus sieht interessant aus ich werde hierfür auch mal kurz ein Foto einblenden damit man mal genau erkennen kann was da drauf ist da ist nämlich eine kleine Figur drauf dann habe ich hier diese merkwürdige Dinge gefunden das ist irgendeine Art Kapsel eine längliche Kapsel und da steht drauf Stuttgart Marienstraße 7 Radio Gruner Radio Gruner nee Radio Gruner und Co Radio Gruner oder Radio Gruner und Co das könnte man wahrscheinlich öffnen traue mich das nicht zu öffnen weil ich habe Angst dass das kaputt geht das Klobett ist auch leer dann hier dieses Messer was mir schon beim Ausgraben so entgegengesprungen ist man sieht da ist nicht mehr viel dran nur noch die Reste davon und dann habe ich noch ein Messer gefunden was auch nur noch der Rest von dem Messer ist ich habe da auch nichts gereinigt ich habe das einfach jetzt mal so gelassen weil was soll ich da noch reinigen da gibt es nichts zu reinigen ja so sah das mal aus noch einen Klumpen Rost dann habe ich diese Teile hier vorne die findet man andauernd der Preußensonder hat davon auch schon unzählige gefunden und hier mal dieser wunderschöne Knopf da werde ich jetzt auch mal ein Foto einblenden damit ihr mal genau sehen könnt wie der aussieht dann über diese Münze habe ich mich besonders gefreut weil die noch so gut erhalten ist und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe noch nie so eine Münze gefunden vielleicht gar nicht mal so selten aber ich habe sie noch nie gefunden das sind zwei Pfennig von 1897 und die sehen noch sehr schön aus dann war noch dieser Knopf hier der da so mit neben dran lag und diese schöne Abzeichen für Arbeit zum Schutze Deutschlands das ist das deutsche Schutzwall Ehrenabzeichen aus Bronze dieses Abzeichen wurde an Personen verliehen die zum Schutze Deutschlands an Befestigungsanlagen mitgearbeitet haben zum Beispiel am Ostwall und am Westwall das konnten Mitarbeiter der Wehrmacht gewesen sein oder auch Leute vom Reichsarbeitsdienst und verliehen wurde diese Ding irgendwie 622.000 Mal ich finde es ziemlich cool war für mich auf jeden Fall der beste Pfund an dem Tag und habe so ein Abzeichen auch noch nie vorher gefunden das erste Mal finde ich sehr gut und das andere Abzeichen welches direkt am Anfang lag das war eines meiner allerersten Pfunde an dem Tag ich hatte es nur nicht gefilmt dachte erst das ist hier irgendwas mit Tag der Polizei da war ich aber falsch das ist Kriegswinterhilfswerk Tag der Wehrmacht auch so eine Art Anstecker und das hier kann man noch sehen dass da mal die Anstecknadel dran war die war auch nicht mehr dran also hat irgendjemand verloren oder weggeschmissen dann kann man noch erkennen dass da eine Zahl drin ist eine 49 das war dann eigentlich auch schon grob an den Pfunden ansonsten habe ich noch verschiedene Münzen gefunden diese Münze hier habe ich noch gefunden das ist besonders 1924 italienische Münze die war völlig verdreckt auf der einen Seite ist ein Kopf und auf der anderen Seite ist eine Biene und eine Blume zu sehen und ansonsten habe ich noch ja Standard Münzen was man alles so nebenbei findet alle in sehr schlechten Zustand 1913 Deutsche Reich ich habe ungefähr 10 Videos noch die ich erstmal fertig machen muss aber ich komme einfach nicht hinterher mit der Videobearbeitung guckt beim nächsten Video wieder rein wir haben noch viele coole Sachen gefunden ein Bayonet wollte ich eigentlich nicht verraten und andere coole Sachen und das werdet ihr alles in der nächsten Folge sehen das Kopfhörte Video hat euch gefallen ich freue mich auf jeden Fall über dieses Abzeichen hier und über das Messer was ich jetzt immer an meinen Schlüsselbund dran mache und überhaupt freue ich mich über alles über die ganzen Funde und über den kleinen Sondelwald und über dieses Aufziehding ich hoffe ihr guckt euch das nächste Video auch an wir haben nämlich richtig schöne Sachen noch gefunden aus dem 2. Weltkrieg Granaten und Bomben Schafe wo wir dann mit rumgeschmissen haben dann haben wir noch Maschine hier gefunden und uns aus Spaß damit beschossen also bis zum nächsten Video Tschüss und bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video